Das ist dann so normal, ja? Ist das schlimmer? Ja. Fotografieren hat ja keinen Zugang. Und er raucht nicht. Das ist das Beste. Er raucht nicht. Er hat gewusst, dass ich heute eine Farbe für den Steg gekauft habe. Er hat gewusst, dass ich heute eine Farbe für den Steg gekauft habe. Für den hinteren.